Agnieszka Holland ist eine polnische Filmregisseurin und Drehbuchautorin, Leben und Werk. Holland studierte Filmregie an der Prager Filmfakultät. Ihre Karriere begann sie als Regieassistentin von Kröstuf Zanussi und Amrzej Weider. Für Weider schrieb sie einige Drehbücher, unter anderem nach der gleichnamigen Novelle von Rolf Hochhut »Eine Liebe in Deutschland« und arbeitete mit Jean-Claude Karriere an Weiders Film »Dant on«. Mit ihrer Regiearbeit »Fieber« gewann sie 1981 den Hauptpreis beim polnischen Filmfestival und war sie im Wettbewerb der Berlinale 1981 vertreten. Ihre Hauptdarstellerin Barbara Grabowska gewann den Silbernen Bären als beste Darstellerin. Kurz vor der Verhängung des Kriegsrechts in Polen 1981 emigrierte Agnieszka Holland nach Paris, wo sie bis heute lebt. Ihre erste Regiearbeit nach der Emigration, die deutsche Produktion »Bittere Ernte« mit Armin Müller-Stahl in der Hauptrolle, war 1986 als bester fremdsprachiger Film für einen Oscar nominiert. Ihr in Deutschland wohl bekanntester Film ist »Hitler Junge Salomon«, der ihr einen Golden Globe als bester fremdsprachiger Film sowie eine Oscar-Nominierung für das beste Drehbuch einbrachte. Als die Jury, die die deutschen Nominierungen für den Oscar vornimmt, sich weigerte, den Film zu nominieren, löste dies in Deutschland eine Kontroverse aus. Sie wurde vom Produzenten Arthur Brauner sogar des Antisemitismus bezichtigt. 1993 gelang Holland der Sprung in die USA, als Francis Ford Coppola ihren Film »Der geheime Garten« nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Francis Hoschsen Burnett produzierte. Seitdem dreht sie dort mit amerikanischen Schauspielern, aber wie bei Agila mit europäischem Produktionskapital. 2014 inszenierte sie mit Rosemary's Baby eine Fernsehneuverfilmung des Filmklassikers Rosemary's Baby. Agniska Holland ist die Schwester der Regisseurin Magdalene Lazzakiewicz. Ihr Vater Henrik Holland war ein sozialistischer Soziologe und Publizist. Sie ist verheiratet mit dem slowakischen Film- und Theaterregisseur Lako Adamik. Ihre gemeinsame Tochter Katarzyna Adamik ist ebenfalls Filmregisseurin. Filmografie B ist gleich Drehbuch R ist gleich Regie D ist gleich Darsteller 1977 Probeaufnahmen 1977 Der Weg einer Frau 1978 Christinas Abschied 1978 Provinz-Schauspieler 1978 Ohne Betäubung Regie Andrzej Weider 1981 Eine alleinstehende Frau 1981 Die Bitternis der Liebe 1981 Fieber 1982 Verhör einer Frau Regie Reisschat Bougaychi 1982 Danton Regie Andrzej Weider 1983 Eine Liebe in Deutschland Regie Andrzej Weider 1985 Bittere Ernte 1986 Anna Exil New York Regie Jurek Bougaywicz 1987 Die Dämonen Regie Andrzej Weider 1988 Der Priestermord 1987 1987 88 La Amiga Die Freundin Regie Janine Meer Apfel 1990 Kotschak Regie Andrzej Weider 1990 Hitler Junge Salomon 1992 Olivier 1993 Drei Farben Blau Regie Christoph Gieslowski 1993 Der Geheime Garten 1995 Perfect Crimes 1995 1995 Total Eclipse Die Affäre von Rimbaud und Ferlin 1997 Washington Square 1999 Das Dritte Wunder 2001 Schuss ins Herz 2002 Julia Wocking Home 2006 Klang der Stille 2009 Janoschik Historia Pravschiva 2010 2011 2013 Träme 2011 In Darkness 2013 Burning Bush Die Helden von Prag 2015 House of Cards Auszeichnungen Am 21. März 2011 wurde Agniska Holland mit dem Komtur mit Stern des Ordens Polonia Restituta geehrt. Fußnoten Gazetta.pl Ange Weider Ortsnachsni Orderim Orla Bialego 21. März 2011 2011 Berlin 2 11. Mai 9.ola 4.5 DPA 1.acks 2.4 DPA 2.5 DPA